Ja, moin Leute und willkommen zurück zu EA Sports WRC. Ja, es ist mal wieder Power Stage Time. Ja, ich bin noch einen neuen Club beigetreten und zwar den RRL Preseason Club. Das ist die Rookie Racing League. Da gibt es auch eine Internetseite, da müsst ihr euch anmelden und dann müsst ihr da, ja, über den lieben Clubbesitzer TillyEK-K müsst ihr euch denn da, müsst ihr da eine Anfrage schicken. Vielleicht geht das auch so, ich weiß es nicht. Ich habe mich auf der Internetseite angemeldet und ja, bin jetzt auch schon im Regen. WhatsApp-Austausch mit denen, weil wir momentan überlegen sind, wo sie mich hinstecken sollen. Weil ich habe hier nämlich jetzt die Oceana Rallye gefahren und da können wir ja mal reingucken. Gut, die Championship, Gesamtwertung, da brauchen wir nicht gucken. Ich bin da jetzt ein bisschen zu spät rein. Das sind einmal diese fünf Etappen. Fünf Etappen sind das an der Zahl. Und hier bin ich gelandet. Percy Latour fährt übrigens hier auch mit. Von dem habe ich das Ganze. Lieben Dank nochmal dafür. Und ja, ich muss sagen, Percy hat mir ganz schön zugesetzt. Jetzt, also ich habe die Zeit, der jetzt der große Abstand, das war jetzt nur die allerletzte Etappe, wo ich wirklich, ich glaube, das waren 18 Kilometer, ja, die 18 Kilometer Strecke, da habe ich richtig einen rausgehauen. Da war ich bei 10,5 Minuten war ich da unterwegs. Also, da habe ich einen rausgehauen. Die ganzen anderen Etappen, da war das aber schön kuschelig zwischen uns beiden. Nur in der letzten, da habe ich es natürlich rausgehauen. Dadurch auch der Riesenabstand. Ja, wenn ihr bei Percy auch mal reingucken wollt, guckt da mal rein. Lasst auf dem Kanal von Percy einfach mal ein Abo da und die Glocke. Ein Like und ein Kommentar kann auch da gelassen werden. Das ganze Programm wäre cool. Bei mir natürlich auch CD auf Zock, natürlich ist klar. Ein bisschen Werbung muss ja sein für unsere Kanäle. Und ja, würde ich sagen, schauen wir mal hier in der Weekly Power Station. Stage rein. Moment, ich muss auch mal eben was gucken. So, ich musste mal eben den Mikrofonpegel erhöhen. Ja, so. Facecam ist am Start. Also, die habe ich hier schon liegen. Problem ist, ich habe noch keine Capture Card. Ja, PC ist auch am Start. Jetzt muss ich mir noch eine Capture Card besorgen. Und dann, wenn ich das habe, könnt ihr meine Fratze sehen. Oh Gott. Das kann ja was werden. Aber na gut. Fahren wir die Power Stage. So. Das Ganze ist wie immer ohne zu üben. Das muss, ich mache das hier ohne zu üben. Ich habe jetzt keinen Bock zum üben. Ich habe so wenig Zeit dafür. Darum fahre ich das Ganze ohne zu üben. Ich weiß nicht, wie ich das mache, wenn wieder das Club Event von South West wieder am Start ist. Dieses hier. Das ist das Club Event. Muss ich gucken. Vielleicht kann ich die ein oder andere Strecke üben. Vielleicht auch nicht. Ich muss gucken. Ich weiß es nicht. Ich muss gucken, wie meine Zeit es zulässt. Vielleicht mache ich es auch am Wochenende, das hier zu fahren, dass ich dann vielleicht in der Woche dann fahre. So, irgendwie. Muss ich gucken. Keine Ahnung. So, das Ganze. Wir fahren jetzt in Oceana mal wieder. Das haben wir da hervorragend. Und da haben wir diese hübschen Wagen zur Verfügung. Ja, ich nehme das Hübschen gefährt. Hat die meiste Power. Den bin ich schon gefahren. Der ist ein bisschen anspruchsvoll, sag ich mal. Es läuft. Mal gucken. So, wieso spricht da keiner? Hä? Na ja. Jetzt geht es ab. So, dann gehen wir nochmal ins Tuning. Ist ja eh nur eine Strecke. Da mache ich den Spurwinkel hinten. Das hat den Grund, dass ein positiver Spurwinkel hinten erhöht die Stabilität und erleichtert das Herausfahren aus den Kurven. Mit einem negativen Spurwinkel hinten dreht sich das Fahrzeug in den Kurven mehr. Doch, zu viel kann auch zu übersteuern führen. Also, dann kommt der Morse richtig so. Hallo, guten Morgen. Ich will zuerst in die Kurve. Ach, du willst zuerst? Nein, machen wir nicht. Ja, man kann natürlich das hier auch noch richtig schön auf negativ machen. Verbessert die Bodenhaftung in Kurven, verringert aber die Traktion auf gerader Strecke. Sprich, man ist da nicht so fix. Sturz entfernt, verringert die Bodenhaftung in Kurven, erhöht aber die Traktion auf gerader Strecke. Ja, muss man gucken. Also, ich mache das meistens immer hier auf volles Fund. Die Gangschaltung mache ich ein bisschen runner. Ich denke, die machen wir so bei 150. 150, 140. Der zieht ja noch schneller. Alles andere lassen wir einfach mal so. Event Details. Ach so, wie lang ist das Stück denn hier? Das Ganze ist 4,4 Kilometer. Das ist ja nicht viel. Und Shakedown brauchen wir nicht fahren. Das ist schon mal gut. Ja, ansonsten habe ich hier die Reifen. Ja, super, das reicht vollkommen. Ich nehme Ersatzreifen mit. Ich muss meine Tochter wieder ins Bett stopfen. Die ist jetzt wieder aufgestanden. Ach, wie schön. Ich bin gleich wieder da. So, kümmern wir uns nicht. Ab ins Bett gehen. Komm, Schleifelszeit. Komm, du hast es gut zusammen. Und dann geht es und Kirsch. Ja, ich los. Bem. Wie schön. 呼. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und einfach links. Oh. Oh, der lennt aber sofort. Mitte rechts. Muss ich hier auch passen. Mitte links. Mitte rechts. Kuppe. Einfach links. Kuppe. Langsam. Hohohohohoh. Hohohoh. Einfach links. Scharf rechts. Was ist denn los mit dir, ey? Das Licht war garantiert an dem Winkel von den Reifen. Mitte links. Ja, eigentlich brauche ich hier schon gar nicht mehr weiterfahren, ey. Das ist doch eine Zeit für die Hose. Mitte links. Kuppe. Einfach rechts. Kuppe. Einfach links. Mitte rechts über Kuppe. Und einfach rechts. Den habe ich aber anders in Erinnerung. Bitte links. Den habe ich aber ganz anders in Erinnerung. Ach ja, ich habe die Bremse nicht vorgestellt. Da war Hecklastung mit Bremsen. Und einfach rechts. Ach, shit. Mitte rechts. Leicht links. Einfach links. Mitte rechts. Okay, wenn ich 5000 stehe, dann bin ich in Erinnerung. Ja. Mitte links. Einfach rechts. Komisch. Wenn ich nicht lenke, dann bin ich nicht in Erinnerung. Genau. Mitte links. Mitte rechts. Oh, da ist sie zielgerade. Sehr schön. Kleiner Sprung. Kuppe. Ziel. Mitte rechts. Bis Stopp. Okay, das ist eine Zeit von 2 Minuten. 52,9. Puh. Ei, ei, ei. 186. Okay, aber ich bin unter 3 Minuten. Uh, uh, uh. Na gut. Boah, 4 Zehntel. 4, 4, 4, 4, 4. Na, egal. Das läuft. 186. Weiter geht's. Na ja. Das war ja mal eine Erfahrung hier. Wahnsinn. Okay. Ja, gut. Das war dann mal eben die Power Stage. Wie ihr hier sehen könnt. Momentan aktuell ist der 416. Ja, da fahren auch viele, ganz, 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 ganz viele Vollprofis mit. Die da schon so ein bisschen mehr Power haben. Und, ja. Jetzt das nächste ist dann wieder Oceana. Gucken wir mal. Äh. Das Auto war doch schon recht. So wie ich gelenkt habe, ist das Auto hinten ausgebrochen. Heftig. Ja, ohne gut. Ja. So. Das war einmal die Wiggly Power Stage. Ich hoffe, ihr hattet da für den kurzen Moment ein bisschen was zu lachen. Und, ja. Läuft. Gut. Dann war's das von meiner Seite. Und dann hören und sehen wir uns in einem neuen nächsten Video. Bis denn. Ciao, ciao.